Noobs on Call of Duty Black Ops 3 So was geht los, jetzt kann man mal spielen hier Ja Low Kopf Ja? Auf dem Spiel Jaaa Ich muss mich nicht mehr anschreien Boah, start jetzt, Wichser Die Lobby ist übrigens voll Ich bin in der Lobby, ich bin doch drin Nein, ich sag ja nur, äh Mein Gott, wer läuft mir da schon wieder vor, die Flinte Ja, wen tötest du schon wieder, hm, 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 hm? Keine Ahnung, Mann, der, wo er meint, der muss da aus dem Hintern springen Mo wahrscheinlich Jawohl Warum tust du das? Verlass mal Ach, Ficker Voll ins Auge Voll ins Auge Ach du Arsch, Ficker Tobi, du kennst das Bäh, voll ins Auge, woher ist das? Bäh, voll ins Auge, äh, warte, 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 lass mich überlegen Ach, scheiße Wir Waren Helden Genau Ja, du weißt, was ich dir gesagt hab Kannst du nicht sagen Was habt ihr alle gesehen? Wir waren Hennert Stellt er sich vor, Mensch Mach ein Team für dich nur wieder raus Kiste von Feind Kiste von Feind Kiste von Feind Kiste von Feind Ja Ich hab'se Was ist drin? Sommergrollen Geil Ich hasse diese Märkte Ich bin und dann da Ich auch Ich versuche zu überleben Ach Timo Ich hab noch überlegt Tobi, aber Timo Ich nicht Timo Tobi hat Jakob getötet Achso Timo hat Tobi getötet Hat der hier der vollautomatische Tobi hat Jakob getötet Jakob hat ich mich Von wo werde ich nicht hier erschließen? Ja, wo bin ich nicht hier? Falter Was? Hat der gerade gesagt? Raps? Feind Ich glaube auch Und so gut Spiel Ich krieg gerade gar nichts auf die Kette, ne? Raps Die sind bestimmt vom Mo Nein Ach, ich weiß die nur wer gesniper hat, ey Oh ne, raps, raps, raps Raps, raps Ich geh mal hier hoch Moooooooinnn Ja klar Der macht hier n vierfach Kill mit seinem scheiß Schwerkraftster rein Ja und einer davon war ein Freund Alter Fack, dass ich geil bin Fack, dass ich geil bin Ja, toll Was sind das für Typen, Alter Ach, der lädt immer nach hier Ich komme immer an den Scheißknopf Ich töte einen anderen und werde von einem anderen gekillt Ja, ich bin schon wieder letzter Kerl Schickt euch doch alle Mann Ich bin zweiter mit sieben Kills, äh, hallo Selbst Timo hat zwei Kills mehr als ich und hat hundert Punkte weniger Er ist wieder da Drohnen abgeschossen Da steht ein Hacker Ach, Drohnen abgeschossen Drohnen und hab ne Kiste eingesammelt von Feind Krasser Lobby Ja, ich glaube, wir würden mal die Lobby wechseln, oder? Guck mal hier, die beiden Hacker 30, 5 Ja, sorry, ich hatte gestern 41, 8 oder so Du hättest ja auch Wer ist nicht bereit, Inspector Gadget Wer ist wieder da, Inspector Jacob Jetzt hat eine hässliche Spur Und hast du gesagt, wer hat ne hässliche Frisur? Er hat ne hässliche Frisur Boop, boop, boop 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 Boop